So, da bin ich wieder mit The Long Dark und wir befüllen wieder die Schränke. 46 Holzstücke hatten wir. So, ja, das Altholz hat sich gelohnt für die. Okay, so, wir brauchen noch Petroleum, brauchen Antibiotika oder glänzende Lackporlinge und dann Antiseptikum bzw. Bartflechtenverband. Ähm, es ist auf jeden Fall schon wieder dunkel und es wird ja draußen immer ungemütlicher. Ich weiß halt nicht, ob der Sturm losgeht, sobald ich fertig bin oder ob der Sturm einfach losgehen kann. Gut, das werden wir, denke ich, mal zusammen rausfinden. Das hatte ich ja schon in der letzten Folge gesagt, dass ich das nicht weiß. Ähm, wir werden sehen. Das klang komisch. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, langsam lichtet sich das Essen, aber ich weiß ja, wo ganz viel rumliegt. Von daher ist es ja nicht so schlimm. Okay. Ah, ich könnte ja auch. Okay. Es brennt ja sowieso unendlich lange. Ähm, es ist noch gar nicht so dunkel. Könnten eigentlich... Ich habe ja sowieso... Ich hatte doch eh nicht alles eingesammelt. Oder? Oh, die ist fast, fast, fast leer. So. Ich habe hier nicht alles eingesammelt. Leer, leer. Ich habe hier nicht alles eingesammelt. Leer, leer, leer. In diesen beiden nur ein bisschen Papier drin? Krass. Leer, das. So, ich sperre mich hier ein. Ich will alleine sein. Okay. Äh, oh. Hier steht sogar ein Brechereisen rum. Ich meine, ich habe so ein bisschen gemischte Gefühle. Ich habe einerseits so das Gefühl, okay, du sollst jetzt vielleicht nicht rausgehen, weil es ist Nacht. Aber es ist noch gar nicht so dunkel. Also, ja. Ich bin wieder unterwegs. So, und die eine hier, die ist ja gar nicht so weit weg. Ach komm, was soll? Was soll's? Ich gehe da hin. Ich weiß nicht, ob da auch irgendwelche Briefe versteckt sein können. Komm, wir gehen da raus. Boah, jetzt haben wir voll. Entschuldigung. Voll der smarte Move. Hier ist ein Weg. Hier ist ein Weg. Ich würde sagen, wir folgen dem Weg. Also, weil... Okay, ich bin ein Überlebender eines Flugzeugabsturzes. Ich wollte gerade sagen, als so ein Überlebender von einem Flugzeugabsturz würde ich doch dem Weg folgen. Oh, ich glaube, hier war ich noch nicht drin. Da ist Blut dran. Antiseptikum. Wir haben einen Gewinner. Hallo. Ich will den Riechbaum. Naja, dann nicht. So. Ich brauche ein Petroleum. Hast du hier? Nee. Okay. Okay. So ein Spaziergang im Schnee, also ist es jetzt nicht so, dass, äh, was ich mir immer so vorgestellt habe. Oh, Lackbörling. Weil ich brauche gar nicht mehr so viel, ne? Weil wir jetzt, haben wir jetzt das Antiseptikum gefunden. Das heißt, mit dem, mit dem Lackbörling müssten wir jetzt zwei Stück haben. Also eins bräuchten wir noch. Radflechte bräuchten wir noch mehr. Weil ich bin ehrlich, ich will mal nie, ich will nicht mein ganzes... Nee, das Antibiotika war das Lackbörling. Egal. Ja, es schneit, es wird dunkel, es ist... Es war halt irgendwie schon unüberlegt, jetzt loszugehen, aber andererseits wollte ich halt auch nicht die ganze Zeit warten. Feuere ein Leuchtpistole im Subbrech ab und halte noch... Ja. Ähm. Das könnte schwer werden. Ach, verdammt. Die Leuchtpistole ist nicht mitgenommen. Wieso habe ich das nicht gemacht? Oh, ich kann's schon. Also ich, 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 ich glaub... Ich weiß schon, was passiert. In den Kommentaren dann. Du musst die Leuchtpistole mitnehmen. Du musst die Leuchtpistole mitnehmen. Ja, zurecht. Zurecht. Ja, gut, das, ähm... War ein Satz mit X, würde ich sagen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die finden kann. Ich glaub, die tauchen erst auf, wenn ich das auch wirklich gemacht habe. Ja, komm, es schneit übelst. Ähm... Wir gehen zurück. Weil das macht so keinen Sinn. Ich sehe einfach gar nichts. Oh, Mann. Wir können natürlich auch bis zum Bunker laufen. Wenn wir sowieso schon mal da sind. Ja, wir laufen zum Bunker. Vielleicht finden wir dort auch eine Pistole. Und so müde ist sie ja noch gar nicht. Sie hat ja nur Holz gehackt. Ah, okay, wenn Musik losgeht. Dann ist nie gut. Schuhu, Eule, ist okay. Achso, ich kann doch, ich kann doch, ich kann doch. Zwar nicht lange, aber ich kann. Jetzt muss ich auch noch das letzte Petroleum, das ich finde, muss ich für die verwenden. Weißt du, was ich meine? Für die, wow. Brich dir bitte nichts. Bitte, bitte brich dir nichts. Du hast strong, independent woman. Äh, falsch, du bist da lang. Weil dann schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Dann haben wir den Bunker. Und wir können auch nochmal hierher zurückkommen, äh, bei Tag. Und, äh, können versuchen... Ich kann da unten kein Lagerfeuer machen, ne? Und wir müssen unsere Sachen trocknen. Ja, okay, 200 IQ ist das doch nicht. So, zack, eingebrochen. Da würde ich lachen. 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 Lachen würde ich übrigens jetzt auch, wenn, wenn... Wölfe rumlaufen. Das ist nicht lustig. Alles gut. Alles gut. Okay. So. Ne, verlassen wollen wir das nicht. Wir haben... Oh, einen Haufen Antiseptikum. Gewährmonition. Ei, ei. Und? Hahaha. Okay, Entschuldigung. Ich möchte ja nichts sagen, aber... Ich hab's gewusst. Ich hab's, ich hab's gewusst. Ja, ja, doch. Das ist halt, das klappt. Oh, getragener Fischerpullover. Der ist bestimmt sehr, sehr warm. Müssen wir mal gucken. Äh, A ist hundertprozentig irgendwas von uns durchwärm... Äh, durchwärmt. Mh. Äh, durchnässt. Wir bräuchten nur noch Patrouillum. Und davon nicht gerade wenig. Notfalls müssen wir zum anderen Bunker, weil ich glaub, da haben wir nämlich etliches übrig gelassen, ne? Wo ist das denn? Ja, ne, Müsli-Riegel, weißt du was, kannst du selber... Oh, 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 da ist was. Ui! Ja, die letzte Legende! Lokale Legenden der große Fisch. Hä, ich wollte es lesen. Okay. Wir werden es lesen. Jatmus Butter. Gut, äh, ich will jetzt nicht zu viel mitnehmen, weil eigentlich haben wir, äh, genug. Äh... Ha! Ich wusste, dass es sich irgendwann lohnen wird. All die Beben sind ein Zeichen. Die alte Welt um mich herum zerbröckelt. Muss weiterziehen, darf nicht innehalten. Ich muss weg hier. Nach oben. Irgendwo unter freiem Himmel. Jenseits der Baumgrenze. Ganz nach oben. Okay. Ach, das dritte. Der hat mehrere. Der hat... Wow. Also, der macht ja Dinger. Okay, ich würde sagen, wir... Jaja, das werden wir auch nicht essen. Höchstens geben wir es den Eingeborenen, wie das klingt. Also, das höchste Gefühl ist, wir geben das halt an die ganzen Leute da im Gemeinschaftszentrum. Aber, ähm, ja, wir werden das nicht, nicht trinken. Ah, seht ihr, wir können das Lampenöl rausnehmen und das hier einfach so den kompletten Konister... Oh man, muss ich doch noch. Aber ich nehme Streichholz. Weil ich muss ja nur gucken, wo das Bett ist, so. Das sieht hier, ich habe noch gar nicht in das Bett geguckt, wo da noch irgendwas ist. Außer, äh, Zeitungspapier. Was er damit wohl gemacht hat? So. Wir schlafen durch. Zwölf Stunden schön, dann haben wir die Leuchtpistole, dann gehen wir nebenan. Gucken, überleben, denn müssen wir ihn wahrscheinlich zum Gemeinschaftszentrum hinbringen. Oder wir malen ihn einfach in den Schnee, so eine kleine Karte und sagen, da musst du lang. Lass mich in Ruhe, ich will nichts mit dir zu tun haben. Ähm, haben wir noch nicht durchsucht? Äh, der Ptyp. Ja, wir lassen die ganzen Sachen hier, weil ganz ehrlich, wir haben mehr als genug. So, äh, Lea? Haben wir durchsucht, okay. Stimmt, die Pullover, ich wollte den Pullover... Natürlich, ich wollte doch dann zu den Pullover gucken. Ähm, wir haben ja hier diesen Astrid Pullover. Dann haben wir diesen hier... Ja, komm, Astrid. Ne, nicht reparieren. Zerlegen. Den anderen reparieren wir, dann ist er wärmer. Und, äh, ja. Das ist cool. Weil der ist nur bei 50% und war schon teilweise besser als der von Astrid. Also, wir können nur gewinnen. So. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ihr wisst, was ich meine. Okay. Und es wird nie wieder kalt sein. Okay. Da ist es. Das ist alles hier in der Nähe? Geil. Dann können wir gleich alles machen. Wir gehen erstmal dahin. Ja, wir gucken mal. Ich meine, wenn wir die Personen irgendwo hinschleppen müssen, dann ist das so. Oh, da ist ein kleines Häuschen. Das habe ich im Dunkeln natürlich überhaupt nicht gesehen. Wahrscheinlich ist die Person da drinnen. Ja, das ist sogar in dem Gebiet. Ähm. So, wir laden es. So, dann. So, jetzt sollen wir ja warten, bis irgendwas passiert, ne? Ja. Ach, hier waren wir doch schon. Bei dem. Bei dem waren wir doch schon. Aber da war doch, wir sollten doch abschießen. Das war innerhalb des Bereichs. So sollten wir das hier mehr in der Mitte machen. Oh Mann. So, ich war das schlechte Gewissen, dass ich das jetzt abgeschossen habe und nichts passiert ist. Okay. So. Es passiert halt nichts. Es ruft mich halt auch keiner. So, hey, hier, hier, oh, hey, Kollege. Nicht? Also ich gehe mal davon aus, dass hier irgendwo eine Höhle sein muss. Weil der wird bei diesem Schnee ja nicht einfach irgendwo so, ne? Wobei, wenn da nur noch eine geflorene Leiche rumliegt. Äh, suchen das im Prinzip zurück. Äh, der, der, genau. Das sind drei Stück. Oh weh, ich muss die jetzt alle tragen. Werden aber auch nicht angelockt vor dem Feuer. Gut. War hier gerade was? Kann auch sein, dass ich mir einfach nur eingebildet habe. Das war richtig. Wie? Oh man 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 Da ist glaube ich was und das war nicht ich Ja Schuss, steh calm, ich bin gerade hier Ist das ein Wolf? Ich hätte fast auf ihn geschossen Kann ich ja nicht Kann ich ja nicht Okay so am Lagerfeuer Ja gut Ähm Ja Tatsächlich muss ich die jetzt alle tragen Äh ich lauf falsch Das ist natürlich gut Ah dann taucht ja noch einer auf Ah da unten ist jetzt noch der Ah sind drei, sind drei, sind drei Okay Aber ich Ach komm Leute wir laufen da noch runter Dem geht es doch gut Oder? Ne ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit mit dem Typen hier da runter laufen Das war jetzt sehr sehr unüberlegt Ja Ich denke mal wir werden jetzt auch wieder von den äh Dings angegriffen Äh Wir haben ja Noch haben wir Munition Ja noch Noch Ist es okay wenn ich dich hier mal ganz kurz liegen lasse? Nein Nein Natürlich nicht Wir waren tatsächlich schon mal hier unten ne Das heißt ich muss da angeln oder? Weil da war ja wieder auch diese Angelhütte mit dem Loch drinne Ich denke mal wir werden da angeln müssen Ja Ja was soll ich sagen Und? Hier so Also das macht es jetzt halt wirklich sehr sehr langweilig dass du die ganze Zeit tragen musst Ich meine wenn ich schon weiß dass ich die tragen muss Wieso nehme ich keine Sackgeräte? Dann kann ich die da reinschmeißen und kann die besser schieben Das geht dann ein bisschen schneller Und ich sag äh 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 Pader Thomas Kannst du mal bitte mitkommen Du bist ein bisschen kräftiger und stärker als ich Ich bin eine kleine arme schwache Frau Ich hab das nicht nötig Ich muss mal gucken ob ich noch äh auf der richtigen Auf dem richtigen Weg bin Äh ja Ich find's ja echt bewundernd dass man hier nicht irgendwie in den See einbricht Mit noch jemanden auf dir Okay Also wahrscheinlich saß er im Flugzeug um nach Hause zu fliegen Das macht es nicht besser Zu wissen dass er jetzt nach Hause wollte Gut Ich meine ich wollte sowieso diese ganzen Sachen ins äh Gemeinschaftszentrum bringen Gut ähm Nächstes Mal bin ich klüger Ich meine gut ich hab's mir schon gedacht Bin ich ehrlich Ich hab's mir schon gedacht dass ich das aber ich weiß ich weiß auch nicht warum ich es gemacht habe Müssen wir nochmal so hinlaufen Ich würde auch sagen wir laufen da auch so hin gleich Auch wenn die ganzen Sachen hier Ach komm die sind so naheliegend Der Bunker hier ist so naheliegend Ja Aber keine Angriffe von Timberwölfen ne Bin ich schon seltsam Wieso nicht wenn der müde ist du trägst denn doch Ich find das lustig der hatte da Essen liegen Ja Und der lag am Feuer Das einzige was er gebraucht hat war Wasser Nachdem ich ihm Wasser gegeben hab kann er doch selber laufen Also ich hab's hätte da jetzt nichts dagegen zu beenden Neh mal ganz ehrlich wieso kann er jetzt nicht laufen Der ist doch anscheinend von Von der Absturzstelle Bis dahinten hingelaufen Ist nicht logisch Nicht logisch Wieso soll er durchhalten Du musst durchhalten Du schleppst den Typ hier irgendwie durch die Pampa Und hast Durst Ich hab keine Lust ihn abzulegen Ich wollte schon das Gemeinschaftszentrum Da kann ich ihn immer noch ablegen Wenn ja wenn jetzt Timberwölf kommen würden würde ich ihn ablegen Mir bleibt jetzt anderes übrig Aber so jetzt Nein Wir haben auch noch ein bisschen Ehrlich War doch Gegenwind Das Spiel hasst mich Ja es soll halt glaube ich auch nicht zu einfach sein Das muss ja schon Tage her sein Ich mein okay gut Ich war ehrlich gesagt noch nie an einem Flugzeugabsturz beteiligt Ja Zum Glück Also ich hoffe es bleibt doch so Ich bin bis jetzt auch nur ein einziges Mal geflogen Ne zweimal Egal Egal Aber Er ist ja hinten von der Absturzstelle bis da vorne hingelaufen A Wird er wohl mitbekommen haben was passiert ist B Ich weiß nicht warum ich es 2 zeige und B sage Ah da was der zweite Buchstabe im Alphabet ist Ähm B Wenn er da hinlaufen konnte Der kann doch laufen Ich weiß ich wiederhole mich aber das Das Es regt mich ein bisschen auf dass ich ihn jetzt hier durch die Gegend tragen muss Wie ist denn das wenn ich einen Energy Drink trinke? Bin ich dann stark genug mit ihm auf dem Rücken zu laufen? Weil dann habe ich ja mehr Energie Ach was man nicht alles tut für wildfremde Menschen Wie man nicht kennt Er will auch noch sterben Ich schmeiß ihn einfach ins Feuer dann ist ihm warm Ich muss jetzt irgendwie noch mal alle Autos Also die hier jetzt nicht Hier war ich ja schon Äh hier hatte ich ja schon mitbekommen Ähm Ja Dass da oben nichts drin ist Aber so die ganzen anderen Die muss ich dann nochmal durchgucken Doch doch machste zu Kann ich dich gleich hinten hinbringen Muss ich dich gar nicht vorne abgegeben Ja ich weiß ich bin gemein Aber ich habe ja schon die Punkte erläutert warum ich so gemeint zu ihm bin So wo ist dein Platz? Ah da Äh wie konnte man Hat sie jetzt endlich eine Decke bekommen? Sie hat immer noch keine Decke bekommen Ne? Wenn meine Freundin Ich kann auch nicht mehr nach den checken Okay Ich habe einen gefunden Okay das Achso einer interessiert ihn nicht Ne Erst wenn ich alle gefunden habe bin ich wieder gut genug Äh so Äh so So Yay Äh Petroleum Ich gucke mal wegen dem Petroleum Dass ich vielleicht da Dass ich das vielleicht raus hole Genau Und Das hier rein hole Bam Sehr schön So dann haben wir noch Antibiotika Oder glänzende Lack Sprawling Sprawling Das äh klingt sehr gefährlich was sie da macht Ach komm ich gebe dir das Antibiotikum hin Wir werden noch hundertprozentig noch welches finden Äh wo ist das? Bei Medizin Da So Und dann Das Ne Antibiotika Komm Geben wir auch hin Nur noch vier Stück Dann habe ich zwei noch übrig Da ich sowieso keine Müsli-Riegel mehr esse Wird es mir auch gut gehen Ja dann Dann haben wir alles Ja sehr schön So Und jetzt äh Trinke 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 Das kannst du schon mal vergessen Das werden wir nicht essen Und auch das werden wir nicht essen Das hier ist ganz grenzwertig Geschmacklose Ja die lassen wir liegen Ich achte jetzt ein bisschen darauf was da drauf steht bevor ich es esse oder trinke Ähm Weil das ist ganz gefährlich Ganz gefährlich Aber es richtet sich so ein bisschen Ja gut wir haben aber das MMR Ähm äh ähm äh military Gut Ja das reicht Bitte reicht Ach guck mal wie Wie Der geht's gut Wir nehmen auf jeden Fall hier Der Depp Die Leuchtpistolen Meet Ähm Ja gut wir müssen sowieso dann nochmal hier vorbeischauen Oh Äh ja Vielen Dank fürs Zuschauen Und äh dann bis zur nächsten Folge Wenn wir dann äh Äh Ja wir gehen hier zu Luke Und von dieser Luke gehen wir erstmal dann wieder hier hin Und machen die großen Geschichten Bevor wir dann hier oben hingehen So Vielen Dank fürs Zuschauen Bye 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 Und